So, hallihollo meine lieben Freunde, wir spielen jetzt gegen die Rio Wingos und können natürlich wieder ein ehemaliges Mitglied unserer ehemaligen Crew dazugewinnen. Jetzt möchte ich mal gucken. Wir haben mal so viele gute Spieler jetzt hier. Hm. Team Chemie, ja Moment, Moment. Hm. Naja, sie ist Verteidiger, ne? Weil sie also Torwart ist, ne? Hm, die dürfen wir sogar auswechseln. Na, da ist es, glaube ich, egal, wenn wir nehmen. Okay. Machen wir das so, machen wir das so. Irgendwie gehört sie ja zum festen Team, ne? Unsere Dribbelkönigin. Da, bap, linker Fuß, rechter Fuß, rechter Fuß, links, hey, yo. Und mal gucken, ob wir gegen die Kiddies bestehen können. Im Stadio de Rio Streets and Balas, Rio de Janeiro. Yo. Naja, er zeigt jetzt mal Muggis. Ja, du hast einen ganz tollen Bizeps. Der Kleine hier vorne erinnert mich ein bisschen an William von Chelsea. Oh, faul. Oh, hab den in den Torwart gelassen. Oh. Der war ja schon gemein. Wo wir den Lütten rüber? Aber knapp, aber knapp. 4 4 1 er 2 1 Oh, man merkt richtig dieses größeres Spielfeld. Schön. Die muss man machen. Das freie Tor, dann darf man doch nicht vorbeischießen. Ach ja, nur drei Tore. Spielende. Respekt. Gut, die Kleine hier, eine 78er. Darf ich dich mitnehmen? Aber ich nehme sie mit. Na, cool. Und wieder ein ehemaliges Mitglied in unserem Verein. Oh, guck mal an. Hey, Lust auf ein Spiel? Gern. Brev, Bobby, Vinicius Junior lässt anfragen, ob wir gegen Vinicius Junior spielen wollen. Und gegen ein paar meiner Freunde. Kennt ihr Izzy? Hey, jo. Und Vinicius Juniors Freund Izzy Hitman. Vinicius Juniors eigene Worte. Also gut. Hallo. Hi. Hey. Ich bin Izzy. Hi. Hi. Izzy. Okay, drei Tore zum Sieg. Ja, krass. Vinicius Junior. Stimmt, hatte ich schon ganz vergessen, dass der mitmacht. Na, das wird doch jetzt mal nice. gegen einen Star von Real Madrid. Von Los Blancos. Yo, yo, yo. Oh. 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 Du schönes Ding. Yo. So. Das 1 zu 0 heißt aber gar nichts. Aber jetzt weiß ich auch, warum nur drei Tore. Bei dem größeren Feld. Oh. Oh. Ah. Oh, 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 oh. Nein. Schön. Nein. Schade. Okay, 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 okay. Oh. Schwierig, schwierig. Aber nicht unmachbar. So. Nein. Gott sei Dank. Jetzt ist der Sieg greifbar nah. Ja. So früh gefreut. Definitiv so früh gefreut. Nein. So. Okay. Nein! Oh! Ja! Glück gehabt! 3-2, aber echt eine knappe Nummer hier! Muss man wirklich dazusagen! Mega, mega knapp, aber gewonnen! Jetzt geben wir bestimmt eine Einladung zu diesem Super-Turnier. Und, oh, fast schon 73. Jetzt kommen wir aber weiter. Die Umskillung hat echt was gebracht. Spiele verpflichten. Darf ich nicht Junior mitnehmen? Naja, ich glaube, da muss er nach Real Madrid. Er hat für uns keine Zeit. Aber schön, dass wir gegen ihn gespielt konnten. Ja! 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 Weißt du, wen wir gerade versiegt haben? Ich versuch's gerade zu verstehen! Oh! Hey, Mann! Du bist eine Legende! Daher die Frage, was machst du hier? Mann! Das ist meine Welt! Wo soll ich sonst sein? Hey! Ich spiele in einem Turnier in New York. Und die suchen noch gute Spieler. Ich denke, dass ihr da gut passen würdet. Darf ich euch denn Organisatoren vorstellen? Echt jetzt? Oh, Mann! Das wäre wirklich cool! Stark gespielt heute! Die Zukunft gehört dir, Bro! Okay! Machen wir Fotos! Vielen Dank! Für dich ist in meinem Team immer Platz. Klar. Bedeutet mir sehr viel. Aber eine Frage habe ich noch. Woher kennst du uns? Von dem Clip im Netz? Wo du diesen Trick machst? Wir treten immer gerne gegen gute Spieler an. Wir haben noch ein paar Termine auf dieser Tour. Hast du Interesse? Klingt verlockend. Aber das hängt von den beiden ab. Okay. Meld dich. Hm. Hat er direkt mal zwei Angebote? Kann er bei uns bleiben oder bei ihm? Ja, ist doch schön. Wenn man da so ein bisschen... Habe ich noch Punkte? Habe ich Punkte? Die Punkte, die Punkte. Ich habe null. Schade. Hm. Was können wir nur noch machen? Jetzt gehen wir mal in den Volta-Shop. Aber da ist sowieso nur Bullshit. noch gesperrt. Schade. Hm. Wo ist das denn? Oh Gott. Ich stehe nicht auf dieses abgedriftete Freak-Zeugs. Okay, die Schuhe sind wieder cool. Aber leider gesperrt. Das finde ich ganz nice. Das ist irgendwie sehr legit, aber doch elegant. Die Haare sind mega. Die würde ich sogar noch sagen, könnte man machen. Was haben wir hier? Dieser Gott. Okay. 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 Dann sagt einer mal, es gibt coole Sachen. Hm. 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 Die ist ja auch noch roh. Wir sind mal rotzett. So. Wir sind mal aus. Okay. So. Naja, die ist ja auch neu. Noch mag ich nicht. Die Uhr seid auch Style. Machen wir das so, würde ich sagen. Wer von euch hat denn das coole Woltershirt? Ne, egal. Schauen wir mal, was die Story so noch bringt. Also hier haben wir schon mal wieder jemanden dazubekommen. Fein, fein. Guten Abend, Revy. Mein Name ist Beatrice Villanova von Villanova & Partner. Wir repräsentieren einige absolute Top-Spieler. Hoffentlich hast du kurz Zeit. Wir folgen deinem Channel und du hast uns ziemlich begeistert. Meine Partner und ich möchten dich zu einem Straßenfußballturnier hier in New York einladen. Wir denken, dass das die perfekte Gelegenheit ist, allen deinen Leistungsstand zu zeigen. Hast du Interesse? Sag Bescheid. Spürt ihr auch gerade dieses, ich fühle mich wie bei The Journey? Das ist doch hier diese Beatrice. Von The Journey. Das war die Agentin, glaube ich, von Alex Hunter. Bei New York. Beatrice, Bea. Ich glaube, das ist die. Also haben sie ein bisschen was von The Journey 2 übernommen. Hunter Returns, ne? Also nicht Journey 2. NYC. New York City. Yo, was ist los? Ähm, wir haben ne Einladung zur Weltmeisterschaft in Buenos Aires. Ja! 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 Unfassbar! Hört ihr das? Wir kommen! Jay Ten fährt zur WM! Hey! Oh, ja! Hier! Oh, Jay wird auspflücken! Yo, lass gehen. Die Legenden machen. Ja! Ja! Es ist wirklich toll, hier in New York zu sein. Das ist, ähm, die Chance für die Fans, die Profis zu sehen und die Straßenfußballer gemeinsam auf einem Feld zu erleben. Hunter! Hey! Kurzes Foto. Sage ich doch. Ha, wie cool. Danke, Mann. Geil. Bin gleich bei dir. Seid doch Beatrice von Hunter. Krass, finde ich wieder cool, dass sie das gemacht haben. Ist im Stress. Da gibt's angeblich Kids, die uns in Thronen wollen. Aber sie sollten kapieren, dass Spieler wie ich, Jay Senior und mein Freund Izzy Hitman, wir haben Straßenfußball groß gemacht. Okay? Oh, wow. Das ist... Hey, Revy! Revy! Oh, Mann! Meine Crew flippt total aus. Und du irrst dich auch nicht? Na klar doch. Ich folge Revs Channel schon seit Ewigkeiten. Deine Skills sind krass. Kann ich ein Foto? Danke. Oh, wow. Wahnsinn. Hey, viel Glück im Turnier. Freut mich sehr. Viel Spaß beim Zuschauen. Wie geht's, Superstars? Mir geht's. Follower sind schon eine geile Sache. Da bist du ja. Hab mir schon Sorgen gemacht, dass du nicht kommst. Da gibt's ein Wort. Wofür? Wenn man immer Termin einhält. Pünktlich? Ja. Fremdwort für ihn. Hey. Beatrice Villanova. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Du musst so langsam auf die Bühne. Der Draft ist in zwei Minuten. Ja, dann ist ja noch Zeit. Vinicius, Griezmann, Hunter. Chill, Ref. Du wirst gleich am Anfang gedraftet. Was? Hast du die Mail nicht bekommen? Welche Mail? Dieses Jahr wurden die Regeln geändert. Es ist Straßenfußball. Und deshalb dürfen die Straßenspieler sich dieses Jahr ihre Profi-Teams aussuchen. Geil. Ein umgekehrter Draft? Ja, genau. Tja, entschuldigst du uns für einen Moment? Kein Problem. Hey. Viel Erfolg. Oh, wie cool. Boah, das... Äh. Coole Sache. Coole Sache. Obwohl, ich hätte Real Madrid nehmen müssen. Hey. Oh, in der Reha, Mann. Für sein Comeback kann nicht mehr allzu lange dauern. Was willst du dann hier? Was? Ich hab grad mit Jay telefoniert. Er ist gesund. Ja? Ja. Warum bist du ohne ihn in New York? Erklär's mir. Ich bin... hier, um zu spielen. Ah. Das Event... ist für Legenden. Ist der eine Legende? Hm, eher nicht. Warum labert ihr mich voll? Siehst du, null Respekt. Null. Wir wollten Bobby, nicht den. Was soll das heißen, Mann? Denk nach. Hey. Kannst du überhaupt spielen? Weißt du was? Du hättest dem Boiler bleiben sollen. Ja, ja, ja. Da hättest du was lernen können, Mann. Hey, Ed. Hey, Mann. Wie geht's? Oh, nein. Hm. Ich würde gerne im Team von Hunter spielen. Das wäre nice. Mit Alex Hunter. Liverpool. Okay, ich kriege also Paco. Na ja, schade, egal. Ich kriege Schulz und Paco Alcacer. Ich meine, bei Dortmund spielen welche, die können mit dem Ball ein bisschen besser umgehen, so wie Sancho, Götze, Reus? Boah, cool. Das hat schon eine Sweetie-Style hier. Obwohl Schulz schnell ist. Ja, Paco. Oh, nice little move. Oh, nice ball. Du kannst es 2-0. Und der Ball ist zurück in play. Let's hear it in New York City. Oh, wow. Hm. Oh, miss time that. Das ist ein Foul. Oh, und das freie Tor trifft da nicht, der Junge. Meine Güte. Aber geil. Also New York kann man jetzt echt gar richtig abfeiern. Mit Hunter und so. Oh, Leute. Hm. Schulz. Aber warum nimmt EA diese Spieler? Puh. Ah, Schulz. Ah, Schulz. Ah, Schulz. Oh, mehr Glück als Verstand. And they're back out. Speer, Speer. Oh, good lead, good lead. All right, here we go again. Speer, Speer. Oh, he's up. Oh, good goal, good goal. Speer, Speer, 5. oder 6. Tor von Schulz. Oh, echt jetzt? Muss man 10 Tore hier schießen? 10 secondes left in the first half. 5, 4, 3, 2, 1, go. Ei, 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 ei. Well, there's the half. These players are going on an absolute break out there. Oh, geht ja richtig rund hier, wa? Geht ja richtig rund hier. Zweie Halbzeiten. Ja, cool. Paco Alcázar. Jetzt ärgere ich mich gerade wieder, dass ich Dorben genommen habe. Nicht, dass ich was gegen Dorbund hätte, aber... Bei Real Madrid hätte ich Alexander, da hätte ich dran denken müssen. Egal. Dafür spiele ich gleich gegen Hunter. Ja, der Modus, der macht richtig fun hier. Also das macht richtig, bricht die Bock. Oh, das war jetzt, oh, Junge. Oh, das war jetzt, oh, Junge. Mehr Glück als Verstand, aber Tor. Here we go. Fühlt sich gerne dafür verantwortlich. Kein Thema. Here we go. Here we go. Here we go. Good. Good. All right, here we go. Ja, Bago. Ja, Bago. Also Schulz macht ja einen nach dem anderen, ne? Ei, 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 ei. Gewonnen. Nicht schlecht. Cool. So ist es mit den richtig krassen Profis hier zu spielen. Kein Spieler verpflichtend. Oh, schau, ich hätte es von Daikern mitgenommen. Ja, komm, einen schaffen wir noch, oder? Ist ja schon eine feine Sache, ne? Na, logisch. Silber. Äh. Takota. Und? Ähm. Der Bräune. Der Bräune. Der Bräune ist eine richtig krassen. Nichts, die haben Sie?" Ich weiß nicht, wie sie geboren. Ich bin, ich bin. Es ist eine unglaubliche木eta, aber er hat es geknackt. Oh, der ist es! 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 Und der Ball ist zurück in Play. Let's hear it in New York City! Oh, der hat es! Oh, der Ball ist es! Oh, ein guter Ball! So lange Spiele sind natürlich echtes Skill-Futter für so einen Spieler, ne? Oh, Wacko, ist der jetzt aber dran gemusst. Schön, drückter Volley. So, jetzt kann der Holländer mal sehen, dass wir Fußball spielen können. Ganz super Fußball spielen. Handspiel, aber ganz klar ist Handspiel. Ich will 5 Meter. So ein 82er Spieler trifft nicht das Tor. Auch wenn es ein Verteidiger ist. Ein bisschen können die auch mit dem Ball umgehen. P, A, C, O, Paco. Der ewige Verletzte beim BVB. Das ist, wenn man es wieder zu schön machen möchte. Und wir sind zurück. Überlebt. So, Lucy, Lucy, Lucy geht's. Ich hätte nicht gedacht, dass bei denen... ...die Bräune spielen würde. Don't call it Schnitzel. Mann. Das ist ja, Andrew, back on the way! Come on, make some noise! Oh, yeah! Oh, was he sorry? Oh! Oh, shit! Oh, shit! Oh, tschüss, der hätte es aber kriegen können! Das wäre ein schönes Tor! In Wahrheit! Oh, ho, ho! Glück gehabt! Schade! Ach, quatsch! Oh, kein Foul! Oh, ho, ho! Verdammt! Schultz, zweites Tor! Boah! Yo, pro Street! Wir sind hier. Und wo seid ihr? Tja, wieder mal gewonnen. Ja, geil, EA. Guckt euch den Back hier an. Ich habe einen Schwebeball. Ja, die Musik passt auf jeden Fall dazu. Fetzt gut. Gibt es mal ein Video für zwischendurch? Nein, gibt kein Video. Aber jetzt kommt Real Madrid. Und ich denke mal, auch Alexander wird das kommen. Ich denke mal, Alexander Junior und schätzungsweise würde ich mal sagen, Marcelo. Könnte sein. Die Frage wird beantwortet in der nächsten Folge. Bleibt dran, abonniert. In diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut, Leute.